Königin Camilla plus König Charles, lassen ihre Masken fallen. Seit 2005 sind Königin Camilla, 75, und König Charles, 74, bereits verheiratet. Vor allem der Beginn ihrer Ehe war nicht einfach und wurde nach ihrer gemeinsamen Vorgeschichte von viel Kritik begleitet. Doch mit den Jahren schaffte Camilla es, die Öffentlichkeit mehr und mehr für sich zu gewinnen. Auch in ihr Krönungsjahr startete die Königin voller Taten Drang, wurde dann jedoch von einer Koronäerkrankung ausgebremst. Ihren ersten Auftritt seit ihrer Genesung absolvierte sie an der Seite ihres Ehemanns. Dabei kam es zu einer überraschenden Szene zwischen den beiden, die Sie im Video sehen können. Verwendete Quelle, HelloMagazine.com